So, aber deri, servus, grüß euch, fortmais mit einem neuen Video, heute mal mit Dampf im Hintergrund, also voll Dampfblau nehmen, und zwar hauptsächlich Season 5, was geht da ab, was kommt da, also da wird einiges auch von uns zukommen, das kann ich auch schon sagen, und zwar gibt es da einige Leaks, erst einmal muss ich sagen, was da ist Dampf, ist natürlich reiner Dampf, also ich weiß überhaupt nichts, ich habe mich ein bisschen informiert, ansonsten weiß ich gar nichts, muss ich auch sagen, und zwar geht es ja los mit dem Gerücht, dass man aus den Meier, Meier, nicht zerstört wird, angeblich mit einem Piratenschiff, oder mit einem Saison, also da gibt es ja die Atomrakette und die Schurken versus Superhelden, also die Schurken zünden die Atomraketten, die kann, die kann, dass die Map komplett zerstört wird, dass es mit Dinosaurier weitergeht oder so, oder halt, dass Mosty Meier zerstört wird, da irgendein Piratenschiff reinkommen, es gibt so viele Gerüchte und Leaks, es hat ja auch ein Pultel gegeben, mit dem Piratenschiff und dem Neuer Skin, so Jack Sparrow mäßig, weiß man aber nicht, bin mir nicht so sicher, dann soll es vielleicht komplett neue Map geben, mit Dinosaurier und so Geschichten und so Monster, da, weil es gibt ja einen Dinosaurierabdruck auf der Map, gut, weiß ich nicht, was ich da davor halten soll, und äh, was gibt es noch, ich habe mal ganz was anderes, vormittags sind alle Fälle schlechtere Gegner, Nachmittag, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das kann man auch mal drüber reden, also, spielst du mal vormittag eins, easy win, sag ich, easy win, und ansonsten, was gibt es noch für Leaks, gut, also, auf Dauer war natürlich jetzt schon mal, nein, meint nicht schlecht, das weiß ja jeder, weil irgendwann wird es auch langweilig, gut, manche sagen, das Spiel wird nie langweilig, aber wie es bei alle Spiele war, ich meine, ich erinnere mich an COD zurück, die ersten waren nicht leicht langweilig, die zweiten, Black Ops 3 waren dann schon nicht schlecht, Black Ops 2 sowieso, aber irgendwann sind sie auch langweilig geworden, und bei Fortnite ist es ja so, ich meine, du hast immer wieder neue Waffen, und angeblich kommt das AK zurück, oder was heißt es zurück, kommt rein, nein, es ist ein AK, kennt auch jeder, gern gespielt bei COD, weiß auch jeder, ansonsten, Mail Leaks, weiß jetzt nicht, vielleicht einen Trailer gibt es auch, Season 5 Trailer, den könnt ihr mal reinhauen, so, bisschen im Hintergrund, schauen, ob ich den findet irgendwo, legal, dann das Pultl, kann ich auch reinhauen, wenn es ist, und ansonsten kann ich nicht mehr viel sagen dazu, muss ich auch sagen, ich habe auch nicht ewig Zeit, ich habe nicht ewig Zeit, ja, jetzt da im Hintergrund ein Solo-Spiel, da macht der Spaß, der Zeit, anscheinend checkten manche nicht, dass es kein Jetpack nicht mehr gibt, dann bauen sie trotzdem hoch, wie blöd, und das Jetpack haben sie auch außer da, wird auch nicht mehr kommen, und die Lenkraketen haben sie ja damals auch außer da, gut, ja, der Typ kommt jetzt sehr gleich, der, der sich da aufgebaut hat, ansonsten kann ich nicht mehr dampfen, aber jetzt kommt ab mehr, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, und bis zum nächsten Mal, also, ab und direkt. Was geht denn dort? Was geht denn dort? Was ist denn immer bauen? … … Was ist denn dort? … Wisst ihr , ein Schuss ein Schuss ein Schuss Ein Schuss ein Schuss ein Schuss die könnte Das war's für heute. Das ist so schön. Vielen Dank. Okay. 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 Malek! Ah, so weit! Ah, so weit! No! 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 Okay. There we go. Got my next tom hill now. I'm going to land. I've been in. Red. Pull it off. I can't do that. Ok. We will get on. Go. To the otheroni! ... This team has been fired Das war's für heute. Das war's nimmer ewig. Das gibt's nimmer. Das war's für heute. 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 Oh yeah. Gut, ich hab' nicht viel gekriegt. Das weiß ja jeder, aber... Ja, viel Spaß. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.